Wir nehmen einfach das Huhn und schieben wir voranlassen. Ja man. Komm raus da. Nee, schlag mich mal nicht. Ja okay, komm wir baden jetzt hier zusammen, machen... Geil. Warte, 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 warte! Hier, warte, warte, warte. Geil. Komm, komm, drei. Oh ja geil! Okay, nein. Ey, wei, wei, wei... Jetzt geh mal raus da, mach mal den Wasser weg. Läub. Bist du in die Dschwelle? Egal, es geht trotzdem. Ach du Cacke. Warte, Zeig, um Hellzone. Das sieht aus dem Prusel. Warte, hier sind Schädler. Geh nur zurück, wenn du nicht... rund um... was ist, wenn du jetzt nicht mehr wissen willst. Also, schreib deine Bücher. Okay, hier ist irgendwie was Q-S-U-L-P-I-A Ähm, ich hab grad ein paar Bücher weggeworfen Ja Ja, ich hoffe mal, dass einer von den 4000, die ich habe Was, was sollten wir nochmal genau jetzt machen? Oh, nicht gelöst, schade Only go back if you really don't know what it is Also read your books Ich hab auch keins mehr GG Also, wie hießen dann die Leute eigentlich? Ist ja irgendwo ein J Tommy, ähm Hey, hey, es ging eben, es ging eben Hier hab ich's gemacht, warte Irgendwie hier Das war nur hier, das war nur hier, warte Jetzt ist ja hier auch wieder kaputt Ja, wir brauchen keine Bücher, Mann Wir sind die Besten Ja, mine car ahead Okay, wir müssen ein bisschen Minecraft fahren Äh, Minecraft fahren Wir müssen Minecraft fahren Nein! Haha, tschüss! So, ich fahr jetzt mal raus Ich fahr mit! Wie das aussieht, ey! Ich fahr mit! Nein! Jetzt hätte ich gern Optifine, ey! Ich fahr mit! 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 Alter, der ist so ein Cheater, ne? Ach was! Ja, ich komm da ja nicht mehr durch! Ihr habt ja die Tür zugemacht! Wie lang ist denn der Gang? Ich sterbe nicht! Dauert noch ein bisschen! Der ist ziemlich lang! Jetzt guckt euch mal den Chatverlauf an, was der für ein Cheater ist! Ach nee! Das ist ja schlimm! Der kann ja selber nichts! Ich seh das Ende! Ich auch! Wie viele Herzen hast du noch? Nicht viele! Nicht viele! Mach! Oh Gott! Oh ja geil! Okay, ich hab ein Buch, ich hab ein Buch. Warte, wir warten noch auf Jonah. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Ja, wir müssen gleich in die acht rein. Da ist mir die einzige Platte, so. Ah! Du würdest gerne teleporten zu einem vergangenen Sanctum. Wir hatten einen Mann. Ein Mann geht durch da nur ein paar Stunden vor. Okay, also durch Tür 8 halt. Warte, ich muss doch den Villager zum Schwimmen bringen. Einfach durch Tür 8. Jetzt wurdest du teleportiert, doch. Äh, ah ja. Kleinen Moment. Wir warten jetzt noch. Wartet. Ach so. Jetzt hab ich kein Wasser mehr. Jetzt kommt hier richtig schwieriger... Wow! Dankeschön, du hast mir geholfen! Kein Thema. Soll das da so sein? Vermutlich. Geh mal gucken. Nein. Mach den Schalter wieder um. Hab ich ja. Und jetzt? Ja. Haha, ich komm da nicht mehr weg. Hier oben ist jetzt Sand und ihr fallt nämlich hier runter und verreckt. Oh nee. Hä, wo musstest du hin? Ich bin auch hier runter, aber bei mir war der Sand noch nicht da. Ihr hättet auf der gleichen... Ihr hättet auf meiner Strecke sein müssen. Tja, aber du Penner kannst ja nicht warten. Ne, ich kann aber den Sand abbauen. Warte! Nein, nein, nein! Nein, ich weiß, wie wir da rauskommen. Das ist kein Thema. Du musst nicht mehr den Sand abbauen. Ja, dann warte doch mal eben. Dann muss ich den Sand wieder ran bauen. Hallöchen! Ich hab ja, so schlau wie ich war, vollen Wasser mitgenommen. Ja, Mabel. Aua. Oh nee, es ist dunkel. Grottchen auch Grottchen. Holonese. Das müssen wir denn hier machen. Ach so, genau. Ach, da, genau. Ach so, ge... Alles gut. Hä? Ich kann aber nicht so lange die Luft... Au! Au! Boah! Ich hab mich auch erschrocken, als ich da runtergeflogen bin. Ich war voll nicht drauf vorbereitet. Was ist los? Ey, da ist ne Kiste. Hey, da ist ein Loch drin. Chicken! 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 Was ist das? Message von Rubber. With all the food we have stolen, have no use for this stupid chicken anymore. I will leave him here to die. Ja, ich weiß schon wie es läuft. Was hast du auf Samen gekriegt, ne? Ich? Ne. Woher denn? Irgendwann muss doch was haben um die... Ich hab Weizen. Ja. Oh Gott, sag mir... Aber die Hühner nehmen das nicht mehr, ne? Ne. Okay, warte. Kann man sich bitte mal kurz Samen... Warte, ich will Samen. Warte so. Ist schon okay. Ich bin... Ich hab den Befehl ja eh schon... Also ich hatte... Ganz zu Anfang hatte ich Samen. Aber da bin ich auch einmal ja eh gestorben. Also ich hab immer... Okay, ne, das lass ich beim besten. Warte mal! Guck mal, ich... Das ist schon ekelhaft, ne? Ich bin doch eigentlich so oft gestorben. Warum hab ich denn das Brot und das Remains nicht verloren? Äh... Du verlierst gar nicht. Wie wärs mit Keep Inventory, du Bob? Äh, wie wärs wenn jetzt einer mal das... Wie wärs wenn jetzt einer mal das Huhn mitnimmt? Ich komm da nicht hoch. Was macht ihr eigentlich da? Hallo? Ja, ich hab keine Samen in der Hand. Ihr müsst das Huhn mitnehmen. Ich hab euch doch Samen hin... Ich hab euch Samen hingeworfen, ihr Bobs. Einer von euch muss Samen haben. Ja, ich hab nicht mal. Tatsache, ich hab's. Alter, was kannst du eigentlich? Warum ich denn jetzt? Also du nicht mitnehmen sollst. Du bist... Wir müssen... Wir müssen nicht nach da. Wir müssen hier rüber. Auf jeden Fall hab ich schon nachgeguckt. Dann guck ich grad mal weiter. Kommt das hier hoch? Nein, das... Ach Gott. Ach, das soll ich jetzt... Soll ich mal euer Navi spielen? Gib mal her, gib mal her. Ich bin... Nein, Jonah, ich mach das schon. Du kommst da wieder. Okay, los. Chicken ist es. Warte. Ah, Hühnchen, na komm. In... Warte, ich muss zählen. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben. Alter, ich verschreck das Huhn immer voll. Jetzt geht doch mal weg. Sind doch mal weg. Wenn du's dann endlich mal hinkriegst, ne, Manuel? Dann musst du... Ja, es möchte gerade nicht mit mir kommen. Manuel, ich hab dein Gehirn. Small brain. Gib... Gib mir mal deine Samen. Mach mal das. Ah, ja. Hoja. Na lecker. Na komm. Hier komm. Na komm. Heuja. Ich bin ein geiles Stück. Heuja. Huhn, hör auf zu Breakdancing. Sona, geh da weg. Du machst dem Huhn Angst. Hauf zu Breakdancen, du blödes Stück, Alter. Ja, guck deine Fresse an. Muckst du. Das Breakdance da, das blöde Ding. Ich geb dir gleich meine Faust da, Annal, ey. Warte, ich... Wir... Wir müssen es schieben. Oh fuck. Warte. Toll. Wir nehmen einfach das Huhn und schieben. Ja, Mann. Wir machen mein Bett. Ja, ja, ja. Woll. Die hängt hier fast. Die hängt hier... Läu. Ich hab ne Leine. Ja, das liegt daran, dass... Das... Das... Das Huhn war da angebunden, deswegen. Jetzt geht mal alle weg, Alter. Was könnt ihr eigentlich? Deswegen brauchen wir noch keine Samen. Geht das da durch? Ja, ja. Das geht. Okay, links rum oder was? Nein, nein, nach rechts. Ich hab links schon geguckt. Da ist kein... Ey, jetzt kommst du bitte mit, du Fotze. Ähm... Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Wohin dann? Links, 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 immer links. Ja, ja, hier rum, hier rum, hier rum, ja. Huhn, kommst du jetzt mit, du blödes Stück? Jetzt hab ich noch die Samen in der Hand. Jetzt klappt eh. Wo jetzt? Links wieder? Hm, warum sehe ich Druckplatten? Ja, warum wohl? Deswegen. Ah. Tschüss, Huhn. Oh, warte, ich muss den... White down, red up. White is down, red is up. Bitte... Oh mein Gott, Lava. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr habt einen kleinen Penis. Äh, was? Na, das ist ne Lüge. Bleib mal um. Schade. Ach du Kacke. Hm. Oh, das ist jetzt aber unfair. Jetzt haben wir nicht mal... Zufall. Alle, dann gibt's tausende Möglichkeiten. Eben gab's dafür auch tausende Möglichkeiten, wir haben's geschafft. Ja, also heul mal nicht rum. Sobald es einmal klack macht, hören wir alle sofort auf zu klicken. Ihr macht das gut. Hm. Haben wir hier irgendwie einen Tipp? Ich bin für trinken, trinken ist immer gut. Will ich nochmal kurz den Text hier drücken? Also ich hab, ich hab nen Tipp, ja. Geh mal weg. Oh naja. Kusch dich. Fuck. Ja. Das hat nicht ge... Das ist so ein Idiot. Was macht der da? Das ist der Fissentür. Ja, ich brauchte mal einen Scheutern oder nicht. Ja, manchmal klappt das aber. Oh, guck mal, das kann ich abbauen hier. Warum kann ich das zu schnell abbauen? Nein, ja, weil wir nicht Adventure-Modus sind. Wir scheeten nicht. Wie schnell... Wie schnell ich die Blöcke abbauen kann? Das ist doch Stein. Ja, wir hätten immer aufs Obst bauen. Vielleicht Silberfische. Das ist Moonstone. 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 Hab ich gemacht. Guck hier, ich helfe. Was ist denn das für ein Rätsel, Alter? Keine Ahnung. Wir brauchen nirgends ein Schild. Ja, wahrscheinlich... Warte. Wir brauchen das Huhn. Hol das Huhn. Das Huhn ist wichtig. Ähm... Warte. Oh Gott. Ihr seid doch so wie Idioten. Frag die Mario Chemie. Da ist das Huhn! Da ist das Huhn! Stirb! Nein! White is down, red is up. Okay, gebt nochmal beide zurück. Da oben hängt die Bindung. Guck mal. Warte, nein Leute. Was? Hä? Ah, da! Ihr macht alle runter. Ihr macht alle runter. Ah! Nein! Ah, alle runter machen jetzt, oder? Oh, oh lol. Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt komm ich... Oh, nee. Dann fahrte der. Ja, warte. Ja, warte. Ich guck dann gleich mal, was denn da vorne steht. Da unten sind Hüttenfische. Alter, nee. Das seh ich nicht ein. Und wo ist denn die Lösung? Ich... Die Tür ist schon lange offen. Achso. Hallo. Geh mal. Hallo. Geh mal ein bisschen schneller. Jetzt geh doch mal, geh mal. Ich bin als erster da unten. Du Wichser. Schade. Was da? Alter, das war mega creepy. Da ist ein Schalter. Hast du den Hebel gedrückt? Nee, damit hab ich das Loch geöffnet. Achso. Sollen wir da rein? Wow! Ja, müsst ihr. Boah, das war echt gruselig. Hm. Krass. Aber man muss echt sagen, die Map ist unnormal schön gebaut. Ja, durchaus. Schon, ne? Also, schon so. Ja, schon irgendwie. Oh, nee. Oh, oh, das sieht aus wie ein Labyrinth. Ich renne dir hinterher. Okay. Mach mich so gut. Ey, da ist ein Hebel. Hast du den Hebel gedrückt? Ja. Ich hab ihn wieder zurückgelegt. Ach du Idiot. Ja, einer von euch muss jetzt nochmal zurückrennen. Ja! Willst du nicht? Nein, ich hab den Hebel nicht umgelegt. Spaß. Ich hab mich für alle verarscht. Hör auf abzubauen. Was ist das? Das ist Wolle. Was ist das? Hey, dürfen wir Wolle nicht abbauen, hieß das? Nein. Nein. Ich hab die Regeln dabei, wenn ich die hier bin. Ich glaub, das da war der Ebel, oder? Was könnt ihr eigentlich? Haaaah. 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 Hutini! Okay. Hutini! Was ist denn jetzt passiert? Ich wette, wir dürfen Wolle abbauen. Ne. Ich glaub schon. Freiheit. Ich glaub nicht. Nein. Vermutlich nicht. Hey! Warte, rein da, rein da, rein da, rein da. Ja. Ich kann nicht rein. Ja, ach, warte. Ich hab die Wolle. Hä? Ich hab die Wolle. Ich hab die Wolle da rein geworfen. Wieso ist die Wolle da? Ja. Habe ich reingebaut. Wiesst du? Guck, so. Ein Fall für Galileo Mystery. Einmal jetzt bitte feststellen, ob ihr nicht noch irgendein schaltet, weil sonst es wieder gerade zufrieden ist. Nein. Also, guck mal, hier geht's wieder zurück. Warum wurde meine auf Creative Mode gesetzt? Ich hab mich auf Creative Mode gesetzt. Ich hab mich auf Creative Mode gesetzt. Oh, ja. Stimmt. So, mach den nochmal. Was war denn eben da? Was ist denn da noch passiert? Ja, warte, ich such grad die Redstone-Schaltung. Okay. Ach, ich wollt grad sagen, warum ist aber immer so ein extremes Loch? Ey, du bist so ein scheiß Cheater, ne? Nee, ich mag dich jetzt nicht mehr. Ah, okay, ich hab's verstanden. Hast du gar nicht. Lieg doch nicht. Ja, wir haben... Wir waren... Warte, Moment. Moment. Warte. Hä? Wie sollen wir denn da hochkommen? Das geht gar nicht. Hallöchen. Warte mal eben. Hier kommen wir gar nicht hin. Gibt gar nicht. Juna, ich glaube nicht, dass in ziemlich jeder Map, die wir spielen, ein so gravierender Fehler drin ist, dass wir nicht weiterkommen. Ich glaube einfach nur, wir sind immer nur zu blöd. Ja, das ist dann dauernd so. Ja, vor allem du, aber hey. Vielleicht ist da oben irgendwo ein Schalter. Geh mal weg. Siehst du ihn jetzt? Siehst du ihn? Siehst du ihn? Siehst du ihn jetzt? Siehst du ihn? Jetzt? Siehst du ihn? Oh, guck mal, der Troller führt... Der Troller führt zu... Nein, ich bin gleich wieder tot. Lass bitte. Sonst muss ich wieder... Nein. Ich habe ihn in die Ecke gedrängt. Er geht nicht. Du Arsch. Du bist so ein Pisser, ne? Ab und zu schon, ja. So, kommt ihr? Oh, ey, okay. Ey, ich raste aus. Oh, geil. Oh, ne. Ich habe ein Buch. Da ist Wolle. Steht da drin? Was? Ja. 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 Wir haben sogar Part 2 noch dabei. Das habe ich auch auf meinem PC. Wir haben sogar Part 2 noch dabei. Das habe ich auch auf meinem PC. Ja. Das hier in der nächsten Folge, würde ich sagen. Oh, ja, geil. Ja, dann mal bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Aber die Map war schon interessant. War lustig eigentlich. War schön gebaut. Aber jetzt im Endeffekt ein bisschen verwirrend. Wie kamen wir dadurch? Ich hab's immer noch nicht gecheckt. das war ich habe ich schon mal ein bisschen geschehen ist ja ich hab ich hab die ginschke ich hab nie Idee komm wir bauen noch eine Katzenbombe warte wie langweilig willst du denn hier TNT und Deine Maid ja die ja also auch wenn die ähm mit das nächste Mal er geht dann weil es den zweiten Part ja auch schon ja und den werden wir auch schon spielen genau das in der nächsten Folge aber erst mal springen wir jetzt hier Part 1 in die Luft ist halt nicht ganz so viel aber passt auf wegen Redstone wir wollen das erst ganz am Ende exploden lalala okay ich will auch TNT fang nicht ohne mich an oh warte wo ist es also ich weiß nicht ob ihr das vielleicht schon irgendwann mal gecheckt hat aber es gibt ungefähr seit keine Ahnung drei generations Updates gibt es eine wunderschöne Funktion in den Controls dass du mit einer bestimmten Maustaste die bei meinem Fall Maustaste 4 ist äh dass du im Game Mode einfach mit dieser Taste auf ein Block guckst und dann hast du den automatisch im Inventar echt cool ach ja doch ja kenne ich hab ich ja auch ziemlich einfacher anstatt dass du mal selber noch aussuchen zu müssen wenn es irgendwo schon rumhängt also war mir klar dass Manu das auch nicht wusste ich war das nicht ich hab nicht mal nicht geteilt ich auch nicht da ist ja auch nichts passiert ich mache es ja nur über Dreadstone verkündigt das ach ja irgendwo ist es gerade explodiert ich weiß ey lass mal erst am Ende eine richtige Explosion machen vorher noch nicht ja 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 ich baue einen riesengroßen Penis aus TNT ein TNT ein TNT ein TNT ein TNT ein TNT warum ist hier bitte ein Ocelot äh weil ich gerade eben eine Katzenbombe gebaut hab hab ich doch erzählt ach ja genau aber ihr seid hier abgehauen ne ich baue die ganze Zeit hier ein TNT ein TNT ich baue einen eckigen Penis eckige Penisse sind schön bei mir kam nichts an wo ich gerade bin und weg der Spawn Raum äh der Endraum habt ihr auch gerade ah ok Alter wie mein Headset vibriert hat welches Headset hast du eigentlich äh von Creative irgendeins das ist recht lustig Alter ich hab grad mega gestampelt ich auch wundermal wundermal boah oh ist das eklig ey oh ne oh ja oh zwei Frames drei Frames jetzt hab ich äh 120 schön ja ähm wir kriegen noch bei null so jetzt lass mich endlich hier wartet ich würde mal sagen vielen Dank fürs Zugekommen weil dieser Map jetzt beim ersten Part und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge wieder ey guck mal im zweiten Part ey ey ein Penis der zu viele Hoden hat das ist deine alter doch Mutant blablabla blablabla also bis zur nächsten Folge tschüss wuuu tschau